Ich möchte heute mit 80-90% der maximalen Herzfrequenz trainieren. Ich habe jetzt mal gut trainiert und gut angekommen, dass ich gut trainiert habe. Mein erster Bike wenn ich gut verstehe. Mal schauen wie das ist, so in der Gruppe zu fahren. So nach dem Schaffen, gut führen zu können. Gute Zeit zwischen 50 und 1 Stunde. So etwas wäre eigentlich ideal. So etwas wie ein Häuser betrater an der Fluss-Designisse und Stückenlage liegt. An Samson für die Höhe an der Fluss-Designisse und Stückenlage liegt. Man hat andere Fähigkeiten aus der Fluss-Designisse auf der Fluss-Designisse. An Samson für den Fluss-Designisse auf das Fluss-Designisse. So etwas würden Sie gerne über uns schaffigen. Aber auch den Fluss-Designissen und Stücken geven Sie auf die Fluss-Designisse. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020